Versuch's, Kaninchen. Du kriegst keine Flasche Wodka von mir. Nie im Leben. Haben wir denn hier ein nettes. Neuen Eintrag. Ich muss tun, was Hunter von mir verlangt hat. Was Miller mir befohlen hat. Und was Anna von mir erwartet. Nett, nett. Ich hoffe, wir töten den Schwarzen nicht. Wenn Kahn recht hat. Sag mir nicht, dass du den Mist von wegen Frieden schließen mit dem Schwarzen glaubst. Ich wünschte, ich wäre selbst in diesem Turm gewesen, um die Raketen einschlagen und die Schwarzen in ihrem Nest brennen zu säen. Komm schon, Kaninchen. Würdest du diese Dinge in die Metro lassen? Sie in unsere Gehirne kriechen lassen, damit sie uns wie Tiere benutzen können? Vielleicht sollten wir uns mit ihnen paaren, damit die Kinder an der Oberfläche leben können und die Strahlung auffressen. Scheiße. Dem Teufel, du ballert die Hand. Der Teufel ist eigentlich ziemlich cool. Ich bin noch schon drin. Los geht's. Hier gibt es für uns nichts mehr zu. Lass uns aufbereichen. Hoffentlich töten wir den Schwarzen nicht. Hoffentlich bekommen wir überhaupt nicht die Chance dazu. Irgendwie müssen wir es verhindern. Vor nur einem Jahr stand ich oben auf dem Fernsehturm und sah Raketen im botanischen Garten einschlagen, die Fleisch in Asche verwandelten, Metall und Glas schmolzen. Nichts und niemand konnte das Inferno überleben. Und doch hat Kahn dort einen Schwarzen gefunden. Jetzt ist es meine Aufgabe, ihn zu töten. Zu Ende zu bringen, was ich begonnen hatte. Dann mal los. Ich glaube nach wie vor, dass das die Antwort ist. Wow. Die haben ganz schön die Grafik aufgebohrt. Das ist eine nette Sache. Früher war im Züge etwas ganz Normales. Aber jetzt scheint diese Einschienenbank geradezu magisch zu sein. Unsere Kinder werden nicht wissen, wie man sie bedient. Und deren Kinder werden vermutlich denken, sie wäre von den Göttern gebaut worden. In Ordnung. Wir haben die Station erreicht. Sie ist Teil der geheimen Metro-2-Linie. Wir haben diese Tunnels noch nicht erkundet. Haben wir derzeit noch Leute dafür übrig? Wow. Hätte die Tür sich nicht geöffnet. War knapp. Okay, wir sind hier. Suchen wir das Viech. Ich versuche dem System etwas Saft zu geben, damit die Lichter rangeht. Benutzt in der Zwischenzeit eure Sachen. Nur Taschenlampe. Null Probleme. Oh. Die Türe schliebt nicht. Wir müssen. Ja, dasselben wir brauchen. Habt ihr, mein Vater und du, nicht die Einschienenbahn genommen, als ihr die Raketen auf das Nest der Schwarzen geschickt habt? Das ist ein gutes Omen, Kaninchen. Vielleicht haben wir mit diesem Einsatz auch gut. Hoffen wir es. Okay. Schalter drücken. Tür auf. Dann öffne das Tor. Ich gebe beim Durchgehen Deckung. Alles klar. Toll. Das heißt, du gut gemacht. Ja, fein, ne? Kriege ich jetzt einen Keks? Ich glaube, ich kann darauf komplett verzichten. Alles klar. Alles klar. Komm schon. Krieg ich schon hinter dir her. In Ordnung. Die Karte zeigt, dass vor uns ein Sammlereinstieg liegt. Wow. Das ist ja nicht mal vergammelt. Nee, nach rechts. Links ist eine Sackgasse. Irgendwas hat sie aufgeschreckt. Pass auf. Oh, die Shit. Da kommt's. Oder auch nicht. Scheiße. Das Ding ist schnell. Und wie schnell? Ich glaube nicht, dass uns hier etwas Ernstzunehmendes begegnet. Davon gehe ich mal stark aus. Boah. Eklige, widerliche Spinnen. Feuerzeug. Okay, damit kann ich doch sicher die Dinger abfackeln. Jupp. Liegt hier irgendwas? Jawohl. Immer gut mitzugehen. Neuer Eintrag. Wunderbar. Die fällt mir nicht so eine Spinne auf den Kopf. Widerliche Viecher. Okay. Maske, Maske, Maske. X. Hör auf, meinen Arsch anzuglotzen. Seh es für dich in weiter ferne, Kaninchen. Hey. Ich kann nicht anders. Unwiderstehlich. Oh. Tritt mir gar nicht runter. Männer Power. Uah. Wow. Das sind die mal verlassen und zerstört. Lass uns zum Haupteingang gehen. Das ist eine gute Schussposition. Es lässt dich ein großes Gebiet abdecken. Guter Plan. Du sollst ja immun sein gegen deren... Ein Fluss? Aber ich bin nur ein normales Ländchen. Also kann ich da nicht rein. Geh rein und such die Kreatur. Ich glaube, da die Schwarzen hier so von dir angetan sind, wird sie deinen Geruch witern oder was auch immer die tun und aus ihrem Versteck kommen. Versuche nur, ihn freien zu bleiben, damit ich dir Deckung geben kann. Wir halten Funkkontakt. Na, alles klar. Und wenn du Zweifel haben solltest, keine Sorge. Ich kümmere mich darum. Na gut. Dann viel Glück. Dazu sage ich nur, bist du bescheuert? Das geht doch gar nicht. Lass mich meine Arbeit nur machen. Dass wir das Visier frei wischen können, ist schon ein netter Touch. Auf jeden Fall. Wow, wow, wow. Ich gucke so ein bisschen mal in der Gegend rum. Filter können wir gebrauchen. Munition sowieso. Rechts vor mir. Super, wie schnell er nachgeht. Immer er mit euch. Und tschüss. Noch drei? Was mit dem Gewehr? Volltreffer. Na komm. Oh, ich muss nach Lann. Oh, der hat mir den Arsch gerettet. Sieht so aus, als hätten wir hier ordentlich aufgeräumt. Wie geht es dir? Hm, kann ich glauben. Hey, alles klar bei dir. Gut, nach links. Da fühlt ein Weg dran vorbei. Hey, Artyom. Du leistest ganz gute Arbeit. Vielleicht bist du ja doch näher, als du ein Verzuchskanierst. Hallo, wie seid ihr denn? Putzige Viecher. Ein Baum versperrt mir die Sicht. Ich glaube, ich kann ihn sehen. Es war 50 Meter von dir auf 2 Uhr. Puh. Da ist er. Puh. Aber es ist definitiv ein Schwarzer. Was hält dich ab? Na los. Holy shit. Da ist er schlecht. Wie hat er das gemacht? Reise ihn von links ein. Er ist noch da. Ziele. Jetzt bin ich gespannt. Wir können den Schwarzen garantiert nicht killen. Wow. Direkt vor mir. Okay. Schnell den Filter wechseln. Flöp. Mindestens atmet er nicht mehr so schwer wie im letzten Zeilen. Direkt über mir. Wasser auch. Direkt über mir. Da. Ich kann ihm nicht schaden. Kein bisschen. Komm her. Ehrlich gesagt will ich dich gar nicht töten. Mepp hier. Dia. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020